Hallo, ich bin der Römer Markus, zu Ihnen habe ich den Vorschul Römer in Drosberg. Die Aufgabe unseres Teams ist, Führerschein-Neulinge auszubilden, dass sie Spaß haben beim Autofahren, damit sie sicher durch die Straße kommen und dass sie auch viel Freude beim Motorradfahren haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe, dass ihr zahlreich zu uns kennt, schaut es euch hoch, was bei uns gemacht wird und ich werde zeigen, dass wir ein richtig lustiges Team sind. Ich hoffe, dass ihr zahlreich zu uns kennt, schaut es euch hoch, was bei uns gemacht wird. Ich hoffe, dass ihr zahlreich zu uns kennt, schaut es euch hoch, was bei uns gemacht wird. Ich hoffe, dass ihr zahlreich zu uns kennt, schaut es euch hoch, was bei uns gemacht wird. Ich hoffe, dass ihr zahlreich zu uns kennt, schaut es euch hoch, was bei uns gemacht wird.